Hallo und herzlich willkommen zu Metal Gear Survive. Wir haben das letzte Mal aufgehört, nachdem wir weiter das Gebiet hinten beim zweiten Singularitätsgebiet erkundet haben und diese coole Sendestation bekommen haben. So, womit wir jetzt die gesamten Kassetten, die wir bisher, keine Ahnung wie viele gefunden haben, endlich abspielen können. So, das nehme ich gerne an mich. Kostenlose Survival Coins. Was ich schon kurz gemacht habe, ist, ich habe ein paar Aufträge angenommen, wie zum Beispiel Jagen von jedem Bär etc. pp. Ich mache jetzt einfach mal die Musik aus, so. Gut. Ähm, warum bin ich jetzt in den Tutorials? Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wir haben nicht mehr viel zu tun. Wir haben hier eigentlich relativ gut alles erkundet, was wir auch erkundet hätten können. Und, ja, habe mich jetzt dazu entschieden, letztlich zu sagen, okay, ich traue mich, wir probieren es. Wir probieren, das Singularitätsgebiet 2 zu bestehen, zu überleben. Und wenn wir das geschafft haben, haben wir eventuell, vermutlich, so hat es Virtual zumindest gesagt, die nötige Energie, um nach Hause zu kommen. Und das wäre natürlich bombastisch, wenn wir das hinkriegen würden. Okay. Ich würde sagen, wir können keine Pfeile herstellen, weil uns Holz fehlt. Geil. Stimmt, wir haben ja so einen Holzmangel. Vielleicht müssen wir tatsächlich die ein oder andere Online-Mission heute noch spielen, damit wir das wieder bekommen. Schießpulver haben sie uns gebracht. Dankeschön. Ja gut, dann halt keine Pfeile, aber vielleicht ein bisschen Munition noch. Wir haben inzwischen die Shotgun nämlich dabei. Wir könnten auch eine AM mitnehmen, aber dann müsste ich dafür hier meinen, meinen schweren... Ne, was habe ich gerade dabei? Die Streitachse habe ich, glaube ich, gerade dabei. Die müsste ich dann da lassen. Das will ich, um ehrlich zu sein, nicht. So, wir haben Munition dabei. Das ist gut. Wir gucken mal, ob wir noch was reparieren müssen. Die Sauerstoffflasche auf jeden Fall. Wir bereiten uns jetzt auf einen Kampf vor. Das auf jeden Fall. Können wir die anpassen? Ne, Federn und Holz fehlt. Verdammt. Okay, wir müssen unbedingt nachher eine Online-Mission machen. Sonst habe ich echt keine Chance, irgendwie irgendwas zu machen. Aha. Okay. Ich habe gerade gesehen, auf Discord haben sie gerade gesehen, dass ich aufnehme. Schön. Ich möchte jetzt allerdings kein Streaming oder so machen. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Hm. Die Fahnen kann ich theoretisch da lassen, ausnahmsweise mal. Pass mal auf. Äh, Ausrüstung ändern. Wir lassen die Fahnen da, weil die bringen uns jetzt in der aktuellen Situation nichts, beziehungsweise, ja, gar nichts eigentlich. Köder vielleicht. Wir könnten Granaten mitnehmen. Wir haben nämlich Granaten das letzte Mal hergestellt. Aber dann pass mal auf. Dann tun wir die statt dem, ähm, statt dem, ähm, statt dem, ach, sag mir doch, wie es heißt. Wie heißt denn das scheiß Ding? Statt dem Fernglas. Dankeschön. Können wir das jetzt mal mitnehmen. Können wir das jetzt mal mitnehmen. Köder. Ob das was bringt? Wir könnten es mal probieren. Ich denke, haben wir irgendwas anderes Sinnvolles, was wir bauen können? Verteidigungseinheiten vielleicht? Das Ding. Hält das mehr aus wie der Zaun? Ja. Das hält genauso viel aus wie der Zaun und macht Schaden. Und wir brauchen kein Holz dafür, sondern Stahl. Dann bauen wir doch davon sechs Stück und nehmen die mit. Statt das da. So. Auf der linken Seite Verteidigungseinheiten, auf der rechten Seite Angriff. Zehn Molotow-Cocktails, sechs Granaten. Die Leute sind schon wieder alle krank. Ich krieg das Kotzen. Da bist du einmal nicht da und schon infizieren die sich mit irgendeinem Scheiß. Geht doch nicht. So. Was haben wir denn da? Chinesischer Wegericht. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Kann wieder schön gekräutert werden. Ist doof, dass wir hier nichts gegen den Regen machen können. Aber naja. Ist halt so. Was soll ich machen? So. Das nehmen wir auch noch mit. Nochmal Lungenentzian. Ich hätte ja gerne noch ein zweites Feld für das Lungenentzian gebaut. Aber wir haben keinen Beton oder Ziegel, glaube ich, gehabt. Was haben wir hier? Kartoffeln. Und irgendwo haben wir, glaube ich, auch noch Mais. Da hinten. Ach guck mal, der Chris macht das hier. Das ist ja cool. Mit seinem eigenen Rollstuhl hier. Sauberes Wasser. Nehmen wir auch gerne mit. So. Uns geht es inzwischen richtig gut hier. Wir haben Wasser. Wir haben Essen. Was wir selber alles anbauen, sozusagen. Das war ja ganz am Anfang echt problematisch hier. Aber wir haben diese Phase überlebt. Und gemeistert. Das muss man auch dazu sagen. Da können wir echt stolz auf uns sein. So. Dann können wir es nämlich so machen. Den Mais können wir alles grillen. Einerseits für uns. Andererseits halt auch für die Mannschaft, dass die auch was davon haben. So. Da hinten noch unsere Ziege und unser Schaf. Milch, Milch, Leder. Guck mal. Ganz viel Fleisch. Sehr schön. Okay. Was haben wir bekommen? Geräucherte Anglonobier. Okay. Genau. Wir haben ja jetzt unseren Räuchergrill hier. Unser Smokergrill. Was richtig cool aussieht an sich. Wir können allerdings nichts machen, weil... Stampfkartoffeln. Mit Milch. Jetzt habe ich mich gerade mega erschreckt. Dankeschön. Ähm. Hm. Will ich die Milch dafür verschwenden? Eigentlich nicht. Ich lasse die Milch mal so. Das würde jetzt ein bisschen dauern, weil wir tatsächlich 20 Kartoffeln haben. Und Mais haben wir halt noch mehr. Ich glaube dann würde ich den Mais einfach roh der Mannschaft geben, weil die haben genug zu essen, tatsächlich im Lager. Das ist okay. Ah Mist. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte doch Outer City starten. Nein. Ich habe Outer City nicht gestartet. Ich wollte es aber eigentlich nur starten, damit ich sehe, wie lange die Aufnahme heute geht. Inzwischen läuft ja alles über OBS bei mir. Ähm. Wo habe ich denn das... Wo habe ich denn das Essens-Ding hin? Ich mische gleich eine Pizza und schaue mit einem Spielenpferd zu machen. Oh, Pizza. Hör auf. Ähm. Mais. Huch. Ach nee, sag nicht, dass es schon wieder... Nee. Ach, ich kann nur eins reintun, weil... Okay. Ich dachte, mein Controller hat sich gerade schon wieder diskonnektiert. Der hat gerade, bevor ich die Aufnahme begonnen habe, hat der irgendwie gesponnen. Ich frage mich nicht wieso. Das war ganz, ganz komisch. Ich musste die Konsole ausschalten und neu starten und dann hat es funktioniert. Ganz komisch. So, dann nehmen wir halt so nochmal Essen mit. So. Also, dass uns das Holz ausgeht, hätte ich echt nicht gedacht. Das ist echt doof. So. Okay, ich glaube, wir sind bereit. Wir sind bereit für die Welt da draußen. Auch wenn es pisst. Das ist halt so. Okay. Dann... Auf geht's. Ich bin ja mal gespannt, ob wir das überleben. Bisher haben wir uns immer schwer getan, tatsächlich. In den Singularitätsgebieten. Auch mit diesen kleinen, wo wir nur Materialien und so bekommen haben. Jetzt hängt alles von uns ab. Die vertrauen alle darauf, dass wenn wir heute bestehen, wir wieder nach Hause können, eventuell. Das heißt, alles oder nichts. Da ist das Ziel. Wir waren ja schon da. Wir haben uns ja das Gebiet angeguckt. Wir wissen ja, was auf uns zukommt. Wir wissen, was uns erwartet. Also, wir wissen zumindest, wie das Gebiet aussieht. Sagen wir es mal so. Aber wir haben es ja dann gelassen. Jetzt fängt das wieder an. So, und hier hatten wir doch auch nochmal eine andere Kiste, ne? Das war ungefähr hier. Lass mich gerade nochmal gucken. Das war doch hier oben. Oder da unten. Das war da unten. Ich wollte die Kiste nämlich noch... Das habe ich ganz vergessen. Ich habe vergessen, die Kiste zu markieren. Hier war die. Hier gab es ja zwei. Halt! So. Zwei Kisten markiert. Sehr schön. Schauen wir hier alles kaputt machen. Einfach, weil wir können. Okay. Hier ist das Singularitätsgebiet. Ich habe halt keine Ahnung, woher diese Kreationen kommen werden. Ich werde jetzt einfach mal das Ding anschmeißen. Okay. Okay. So. Hier bauen wir was hin. Dann bauen wir hier was hin. Dann tun die sich nämlich richtig schön weh. Und wenn sie da durchkommen, haben sie hier gleich nochmal ein Hindernis. So. So. Das ist schon mal hier ein bisschen abgesehen. Wo kommen die hier? Von da drinnen. Okay. Hier können wir noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Und Holz. Oh gut. Gut, gut, gut. Dann bauen wir hier nochmal so eine Barrikade hin. Und so einen Sack vielleicht hier rein. Hier so. Okay. Das passt dann erstmal. Okay, dann. Los geht's. Ach Mist, von da oben kommen die auch. Oh. Das habe ich nicht gesehen. Das tut mir leid. Das habe ich echt nicht gesehen. Dann bauen wir hier einfach nur einen Zaun hin. Oder auch nicht, weil ich es nicht darf. Wormhole Digger ist operational. Anniperdetektiv. Protekt die Wormhole Digger. Schon dabei. Okay, wo kommen sie? Ich sehe leider gerade nichts. Ich nehme nochmal kurz was zum Essen und Trinken, dass das nicht uns zum Verhängnis wird. So. Da kommen die Ersten. sehr schön. Sehr schön. Der erste Fang des Tages. Na. Okay, die sind zum Glück ein bisschen schwach. Aber das kann sich noch ändern. Ich sollte aufpassen. Jawoll. Neuer Move. Einfach mal ausprobiert. Komm her. Sehr schön. Okay, ich hole mal meine Pfeile wieder. Wenn da noch welche übrig sind. Von wo kamen die denn? Von da, ne? Einer, zwei. Und den dritten habe ich hier irgendwo erwischt. Egal, nicht wichtig. Da kommen sie. Da kommt auch eine Zwiebel. Mist. Mist. Das war doof. Okay, ich muss zurück. Da kommen zu viele. Rennt. So. 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 Sehr schön. Okay. Die Zwiebel. Schalt dich am besten praktisch aus. Komm her. So. Jawoll. Okay, die ist weg. Da kommen welche. Na toll, ich treffe keine einzige. Ah. Mist, ich habe keine Ausdauer. Aufpassen. Okay, das waren's. Drei. Okay, noch funktioniert diese Taktik, weil sie noch auf Level 12 und 13 sind. Da kommen die ersten. Sie sind durch. Okay. Und den auch. Jawoll. Gut, das war jetzt nicht eine gute Blockade. Das muss man auch dazu sagen. Da brauche ich einfach mal das hier hin. Ach, weißt du was. Welle eins von drei beendet. Okay, jetzt kommen die auch von dort. Nee, die kommen nur noch von dort. Ugh. Okay. Wie machen wir das? Wie viel hält denn der Turm aus? Viertausend. Dann baue ich den doch einfach hier hin. Dann braucht es ein bisschen, bis sie da durchkommen. Mist, die Zeit geht's schon um. Ugh. Der hält ein bisschen mehr aus wie der Zaun. So. Und von da oben kommen die auch, die Heinzels. Dann pass mal auf. Ich weiß, das ist jetzt mega Verschwendung, aber... Nee, ich baue den hin. Einerseits habe ich ein Podest, andererseits komme ich dann auch da hoch. Auch wenn da neben die Treppe ist. Das war ein bisschen suboptimal. Egal. Bauen wir hier auch einen Turm hin. Das hält die ein bisschen ab. Kommen die von unten? Ja. Da sind sie. Jawoll. Die sind weg. Da oben ist eine Zwiebel. Nein. Okay, ich muss weg. So. Brennt. Brennt. Daneben. So, jetzt brennt einfach mal, ne? Okay, die sind durch. Egal. Die sind geschwächt gewesen. Oh, oh. Da sind ein paar durchgekommen. Nicht gut. So. Komm her. Okay. Mist, die sind schneller durchgekommen, als ich dachte. Oh. So. Huch. Hilfe. Hilfe. Wo kommen die denn jetzt alle her? Wo sind die Zwiebel inzwischen? Immer noch da hinten. Mist, es trifft nicht. Äh, abbrechen. Ich bräuchte mal Explosionspfeile. Gibt das sowas? So. Hä? Ach, die Zwiebel hat was kaputt gemacht. Mein Turm. Boah. Das ist doch nicht wahr. Und mein Sauerstoff ist bald leer. Oh nein. So. Äh, ich muss hier weg. Tschüss. Yeah. Ja. Cooler Dude. Okay. Welle 2 geschafft. Mit minimalem Schaden am Bagger. Sehr schön. Ja. Einmal. Das war's mit den Zäunen. Ich muss nach meinem Sauerstoff gucken. Beziehungsweise. Ich hab noch 11%. Das hält noch ein bisschen. Von wo kommen die denn noch? Von da überall. Ich weiß. Ich hab grad andere Probleme. Ich weiß nicht, wieso ich da jetzt einen Turm hingebaut hab. So, wenn die hier runterfallen, dann müssen die sich wehtun, um durchzukommen. Okay, das behalte ich noch. Ich hab immer noch die Granaten. So. Das hält er erstmal. Ich komm von oben. Dann geh ich auch nach oben. Zack. Zack. Sehr schön. Okay. So. Oh. Hab ich schon. Alles gut. Mist. Hä? Ganz einfach. So. Mist, der Sack ist weg. Ah. Ah. Na super. Ich renne. Die kommen überall durch. Das gefällt mir nicht. Ah. Du bist doch ein Vollhorscht. So. Ah. Nix da. Wo hängen sie? Da. Oh. Ganz viele hängen da. Sehr schön. Haben wir da auch wenigstens mal unsere Shotgun hier benutzt. So. Guck mal da hinten. Der Zaun hängt jetzt auf. Sehr schön. So. Das war's mit den Molotow Cocktails. Aber das hält die wenigstens ein bisschen ab. Der eine fällt runter. Und die anderen zwei sind tot. Sehr schön. Schütze. Cool. Wofür habe ich die jetzt bekommen? Würde ich auch gerne mal wissen. Aber egal. Eine Minute noch, Junges. Einmal in die Brust. Der ist tot. Und dem nochmal ins Gesicht. Dann sind alle glücklich. Da kommen sie. Wir versuchen den Umweg hier zu nehmen. Das gibt's ja nicht. Das habe ich euch nicht erlaubt. Hi. Oh. Wieso das denn? Ach. Scheiße. Sauerstoff. Oh. Heilige Scheiße. Oh Gott. Das wäre jetzt fast ins Auge gegangen. Ich wäre an Sauerstoff gestorben. So. Zwölf Sekunden noch. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und. Null. Jawoll. Wir haben es geschafft. Ich komme, weil ich muss unbedingt zurück. Ähm. Karte. Hier. Doch. Passt. Okay. Los, 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 los. Wir haben es geschafft. Und das beim ersten Mal. Ja. Aber wir haben auch auf jeden Fall viel mehr Vorbereitung gehabt. Ich denke, wenn wir uns nicht so gut jetzt noch vorbereitet hätten, hätte das nicht geklappt. Alter. Geil. Ich bin gerade irgendwie happy. So. Boah. Aber das mit dem Sauerstoff, das hätte uns echt fast getötet. Krass. Ich habe nur gehört. Ja, ja. Das Sauerstoff ist niedrig. Aber ich dachte, ich habe noch ein bisschen was. Und dann habe ich immer mehr Leben verloren. Dann hat sie. Da hat mich Virgil tatsächlich drauf aufmerksam gemacht. Und es hat mal was gebracht. Weil sonst wäre ich gestorben. Das. Also. Virgil. Einmal muss ich tatsächlich sagen. Dankeschön, dass du existierst. Und danke, dass du so nervig sein kannst. So. Toll. Den Fall habe ich verschossen. Der ist weg. Egal. Ich brauche jetzt ein bisschen Holz. Wow. Das war viel Holz. Das klappt nicht. Aber das klappt. Guck mal. Sehr schön. Juhu. Endlich wieder ein bisschen Holz. So. Noch mehr Holz. Nö. Säcke. Aber egal. Siegel können wir auch brauchen. Ich weiß. Ich mache es aber. Jo. Alles gut. Alles gut. So. Ah. Das kann ich auch noch mitnehmen. Keramik. Und den Reifen kann ich auch noch mitnehmen. So. Heute sind wir gierig. Okay. Ich bin gespannt. Was passiert. Es ist spät. Ich bin echt schon vorbei. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da passiert doch noch irgendwas. Oder? Congratulations. With this dig, we now have 100% of the energy required to generate a wormhole home. So now we can get out of here, right? However, there is a 98.9% probability that once we activate the wormhole digger, wanderers will attack base camp again. Before we begin the operation, we recommend you ensure the camp's defenses are as good as you can make them. Es wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Oh nein. Nein. Ich habe doch kein Material für sowas. Vielleicht müssen wir jetzt tatsächlich in den Online-Modus wechseln und nochmal farmen. Before you activate the digger, you should strengthen the base's defenses. These preparations will determine whether or not the entirety of the crew makes it home. Be absolutely sure of your decisions, or else you may live to regret them. Ich weiß. Deswegen habe ich ja gerade so Bedenken. Please, I want you to listen to what I have to say. Okay. Großes Tier. Wir können die Basis erweitern. Ein Steg, der die Verteilung der Basis verbessert und eine Eisentreppe, die nötig wird, um das Wurm noch nach Hause zu erreichen. Okay. Ach, da hinten auf die Mother Base. Okay. Interessant. Wir können auf jeden Fall das Gebiet erweitern, aber wir müssen das hier alles demontieren. Das ist noch im... Das ist außerhalb. Dann lassen wir das. Den Schutt lassen wir auch. Das ist mir wurscht. Weg damit. Oder muss der ganze Schutt weg? Das kann auch sein. Das sehen wir gleich. Aber ich hätte die halt da gelassen, weil... Das hält die ein bisschen tatsächlich davon ab, in die Nähe zu kommen. Na, da liegt noch was im Weg. Das habe ich nicht gesehen. So, jetzt aber, oder? Oh, immer noch nicht. Du bist auch noch im Weg hier. Sauerei. So, jetzt aber. Bauen die so ständig möglich. Wieso? Echt jetzt? Aber jetzt. Jawoll. Sehr schön. Wie viel kostet das? 30 Eisen, 10 Schrauben. Das ist ja okay. Erhöht einfach unser Gebiet. Das möchte ich auf jeden Fall. Das möchte ich auf jeden Fall. haben. Okay. Ich hoffe, dass dadurch, durch die Erweiterung, es nicht weitergeht. Aber ich mache es jetzt. Sehr schön. Wir sind jetzt bereit für die Krieg. So bereit wie ich nur sein kann. Ist es alles, Chris? Jetzt können wir nach Hause gehen. Ja. Das wird so gut sein. So weit wie ich nur sein kann. So weit wie ich nur sein kann. Dieser Typ ist Tja. Ist es nicht perfekt, Chris? Jetzt können wir nach Hause gehen. Ja. Also wird es nicht Ergebnis sein? Was sollst du machen, Miranda? Vorher du sprachst, vielleicht zu bleiben. Du gehst auch zurück, richtig, Kapitän? Das ist der Fall, so will ich. Ich glaube nicht, dass ich hier bei mir überleben kann. Aber ich will wieder zurück. Ich will einen Weg finden, um die Wanderer zu curieren. Ich verstehe. Das ist etwas, was du machen würdest. Aber du weißt, ich glaube, ich werde ein bisschen schade, um zu bleiben zu bleiben, nicht wahr? Das ist eine 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 Zeit langsende Erwartung. Ich würde mir nicht mehr Zeit hier spenden. Also, ich sollte dich aus dem Rückmeldung, Nikolaus? Oh, gute Gravy, ich bin'sgeklar. Hey, hey, mein Name besser zu sein! Allein, die Wormhole-Homme generieren wird ziemlich gefährlich. Bitte bleiben Sie auf der Zeit, bis die Operation ist complete. Oh, puh, ich dachte, es geht los. Oh, heilige Scheiße. Jo, 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 eins nach dem anderen. Ich bin froh, dass nur die Cutscenes kamen und dass es nicht jetzt wirklich losgegangen ist. Ich war so unvorbereitet und habe gerade schon ein bisschen Pipi in die Hose gemacht, deswegen... Puh, okay. Das können wir tatsächlich machen. Ich möchte tatsächlich mindestens einmal heute noch eine Koop-Mission machen, um hier jetzt noch Materialien für diese Verteidigung zu bekommen. Denn das wird bestimmt nicht leicht. Okay, sehr schön. Dann gucken wir mal, was haben wir denn da noch? Ich möchte nämlich jetzt auch noch natürlich die Basis ein bisschen umbauen. Was habe ich denn für ein Namensschild bekommen? Bögen. Ach so, weil ich diese Trophäe bekommen habe, Meister der Bögen, oder wie? Nicht schlecht. Bin ein Meister der Bögen, habt ihr das gehört? Okay, sollen wir jetzt umbauen oder warte ich? Pass mal auf. Wir gehen... ...zu Virgil. Ich laufe erstmal durch den Kreis. Gehen da rein in den Koop-Modus. Das dauert jetzt ein bisschen zum Laden. Und da drinnen werden wir jetzt noch mal mindestens eine Koop-Mission machen, um Materialien zu bekommen. Um einerseits vorbereitet zu sein, andererseits einfach auch um die Basis noch ein bisschen umzubauen. Denn ja, ich möchte sie nicht so ungeschützt lassen, wie sie es das letzte Mal war. Wo hier in unserer Main-Base die ganzen Viecher gekommen sind. Darauf habe ich echt keinen Bock, dass das passiert. So. Einmal... Level up. Okay, was gebe ich mir? Das brauche ich nicht unbedingt. Aber vielleicht brauche ich tatsächlich noch mal ein bisschen Stärke. Die bekommen bestimmt jetzt auch nachher den einen oder anderen Level up durch diese Grabungen. Aber ich möchte vorbereitet sein. Okay. Davon stellen wir mal ganz kurz ein paar her. Davon können wir nie genug haben. So. Heilspray zwei Stück. Durch den Lungen-Enzian haben wir zum Glück jetzt genug dafür. Okay, normaler Zaun. Sechs Stück bitte. So. Stacheldraht. Sechs Stück bitte. Vielen Dank. Die Sandzeuge können wir auch gleich sechs Stück herstellen. Auch wenn die mega viel kosten. Vielleicht sollten wir da auch was anderes jetzt bauen. Und Stahl ist leer. So gut wie leer. Mist. Okay, Waffen. Ein bisschen Munition habe ich ja verschwendet. So. Und. So. Halt. Die hier. Zehn. Zwanzig. Dreißig. Vierzig. Fünfzig. Jawohl. Wieder volle Pfeile. Aber dafür kein Holz mehr. Hehe. Okay. Wir müssen noch was reparieren. Nämlich den Sauerstofftank. Sonst vergesse ich das nur wieder. Und die Streitachse auf jeden Fall. So. Das reparieren. Das reparieren. Das passt noch alles. Halt. Das kostet nichts. So lange ich es auch auf 99 Prozent ist, kostet es nichts. Das ist gut. Müssen wir uns merken. So. Wir müssen die Hose an der... Wir müssen die Farbe der Hose anpassen. Das sieht ein bisschen doof aus. Was brauchen wir denn dafür? Kuban-Energie. Ah. Okay. Dafür brauchen wir andere Materialien. Aber guck mal. Wenn wir die... Schwarz machen, sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Nö. Das ist okay. Passt ein bisschen zu unserer Schutzweste. Von hinten. Okay. Bergungsmissionen-Liste. Wir machen keine Rettungsmissionen. Die finde ich doof. Wieso kann ich die nicht machen? Ach, das sind dauerhafte Missionen. Hä? Ach, das haben wir alles noch gar nicht, die Gebiete. Okay. Einfach. Normal. Ach, allgemein können wir normal noch nicht machen. Okay. Dann... Gefallenes Dorf. Das haben wir jetzt freigeschaltet. Ach so. Ähm. Stimmt. Da war was. Ah. Ich hab's schon lange nicht mehr gespielt. So. Warte, warte, warte. Schnelle Spiel einfach. Dann hoffen wir, dass wir relativ schnell jemanden finden. Ich schneid's einfach raus. Bis gleich, Leute. Leute. Wirklichkeit.